Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Trapped. Und wir sind immer noch Gefangene dieses komischen, was weiß ich, Suchtis, komischen Tybi. Ähm, du hast schon Game Mode 0. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Und du darfst, ich war letzte Folge. Geil, ey, das sah zu geil aus, Mann. Du darfst, rup, weg. Scheiße, war das geil. Bleib mal erster stehen. Ey, das war echt, boah, das war richtig geil. Erster. Oh. Juhu. Ey, das sah zu Hammer aus, Mann. Ey, das geht doch gar nicht, der Sprung ist übel hart. Oh, komm. Komm. Au. Jo, kannst. Ja. Würdest du gerne? Ich würde gerne. Der Sprung ist richtig hart, finde ich, den du hart locker irgendwie gemacht hast. Kann ich? Ja, du kannst. Ich komme immer bis zu dem Sprung. Ich kann die Kiste irgendwie nicht aufmachen, bin ich jetzt blöd. Ey, warum komme ich da nicht hin, Mann? Ich kann die Kiste nicht aufmachen, oder ist das? Ja, weil es alles meins ist. Hey. Ey. Ey. Warte, hier, wo bist du? Ich steh da. Warte kurz, erstmal lesen, was hier steht. Du bist einfach so auf TNT. 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 Warte, 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 warte. Okay. Ich dachte mal da drauf. Wunsch dich da was? Ich glaube, wir müssen da TNT hinmachen. Oder was ist denn das hier mit dem Stoff? Ich erkenne den noch nicht im Texture Pack. Was ist das? Das ist Spadrug. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo hier TNT kriegen. Und wir müssen wohl da lang? Hier, gell? Ne, warte. Ach, verdammt. Ich wäre jetzt fast zurückgerannt. Aber da geht's mit. Ey, was ist das für Zeug? Ach, das ist Soul Sand. Take only two TNT. Hey, ich will auch eins. Ich will auch eins. Ah. Wie viel hast du jetzt? Null. Ich sehe dein Gesicht von innen. Also nimmst du eins und... Ja, gib mir eins, gib mir eins, gib mir eins, gib mir eins, gib mir eins. Ja, ich hab mir jetzt nur eins. Das war doch auch mal wieder hart unnötig. Hey, wo ist hier die Druckplatte? Hey, wie bist du da reingest? Wie bist du da reingekommen? Einfach drauflatschen. Hä? Vollpack. Scheiß Soul Sand. Was noch langsam macht, ist Soul Sand und... Was noch langsam macht? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Boom. Scheiß, ich bin zu blöd, ich bin rückwärts für den Schlag. Was schon gedacht? Kannst aber kommen. Ich renne so weg. Mh, shit. Stand nach. Nachts. Diesmal darfst du es TNT auslösen. Ich trinke schnell was. Ich muss erst mal TNT gehen. Wow. Real-Life-Zaubertrank. Ja, verdammt. Ich will es zünden. Ja, rennt drauf. Ja, sofort. Hopp, jetzt mach. Ey, bist du behindert. Vorsicht, TNT. Bist du lustig? Ey, ich hab so viel Müll in meinem Inventar schon. Erster, erster. Weißt du, was ich jetzt mache? Boah, bist du... Aber du bist nicht so weit weg, dass du es einsammelst, gell? Checkpoint 2. Mach mal gerne auf. Oh, wir müssen alles kaputt machen, außer Labis-Lazuli. Ach, Mann, oh. Hä? Ja, dann machst du es halt noch. Boah, ist es traurig. Did you just kill one of my... Meinungs... Nimmst du mal die Schilder? Also, wir müssen anscheinend noch zwei Sachen machen. Was war denn jetzt mal ein Ende dieses Lichtes? Weil wir irgendwas kaputt gemacht haben, was wir halt vor uns tun. Schaufeln! Ähm, the ask is very simple. Take shovel and try to find the key off the door. Also, wir müssen, glaub, diesen Schnee weg... Also, wir dürfen... Ah, ah, fuck. Aber was? Alles einfach kaputt machen hier. Gott, ey, diese Arbeit hab ich schon so satt vom Creative-Mod oder so. Äh, vom Survival-Mod. Kennst du das? Ich hab' nen Tour gefunden. Was? Ich hab' ne Pressure-Blade, ich hab' ne Pressure-Blade. Ich glaub, das brauchen wir, oder? Joa. Joa. Das ging aber schnell. Ja, das war auch ziemlich einfach irgendwie. Welcome to the last challenge so far. All you have to do is pause all these Pyramid-Chambers. Good luck. I hope you will die soon. Hehe. Hallo, Schaf. Äh, jetzt dürfen wir übrigens kein Sand mehr kaputt machen, stand da vorhin. Joa. Joa. Oh, eine Druckplatte. Die irgendwie nicht... Ah, doch. Dreht man auch drauf. Ah, ne, die war's. Okay, chillt. Wohin fährt die? Ja, jetzt müssen wir ihn noch... Ah, warte, 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 warte. Erstmal die Weichen umstellen. Okay, einer muss da drauf stehen und der andere muss da drauf... Ne, warte. Ne, auf der nicht. Auf der anderen. Äh, äh. Stell dich grad auf die andere. Auf die? Auf die? Ja, ne, renn auf die andere und dann auf die. Ach, bleib mal einfach auf der hier stehen, okay? Auf der ganz außen. Auf der ganz rechten. Auf der. Auf der. Jetzt dürfte passen. Jetzt kannst du runter. Lapislazuli. Ich hab drei. Äh, was soll ich hier jetzt getan haben? Jetzt haben wir die Tür da draußen geöffnet. Ha, ich bin so gut. Boah, jawohl, hier kann man nicht sterben. Das ist zu nett hier. Nee. Oh, oh, schon wieder eine Truhe. Vier. Tja, früh abkacken hilft halt doch was. Hey, du stehst in der Luft. Ja. Ja. Warum wohl? Hey, wie soll das gehen? Es geht ohne Doppelsprung. Ja, ich weiß, ich glaub, wir sollen hier auch gar nicht drüber springen. Das ist nur, um uns richtig zu verarschen, weil da hinten ist eine Tür. Ne, aber doch nicht. Ne, wir haben scheinbar müssen es doch machen. Bö. Prozent soviel soviel ich lasse ich mit Schneebeln ab ich wüsste immer ein Schlag verdammt haben noch ein du musst rechts drücken damit du wirft er ist die durch nicht wie soll es gehen Piu 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 okay es geht es geht ziemlich schwer also du musst echt 100% weit springen habe ich das Gefühl weiter kannst du nicht mehr springen als da rennst du etwa ich hab das ganz ich hab das ganz normal geschämt es war ein Zussprung wo ein Mann zu spielen später los springen er da habe ich muss für man schon zu weit oder Heldes Amt ist eine ganze Kacke auf höchst Prozent es war sehen wir es jetzt als erlösen nein 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 sieben Alter weiter Prozent Oho so weit war ich noch nie war toll ich brauche noch fünf Versuche für einen Schritt weiter Au 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 Oh jawoll jawoll Wow 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 ich bin irgendwo Oh Gott dem Oh ich hab nen Checkpoint geöffnet Ey dankeschön Hey 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 Haha Oh Hardcore ey Hardcore Hä Es hilft dir auch ungeheim Das ist noch härter hier Egal wir kriegen das hin Können wir das schaffen Yes we can Yes we can Hört sich voll komisch an Wie heißt es eigentlich auf Englisch Can we do it oder Ich hab's noch nie auf Englisch Du hast hier Englisch Ja ich guck auch Bob der Baumeister in der Schule Glaub auch Oh 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 Ah komm ey nein Verdammt Ah aufregen Nein ich hab's fast so krass Boah Ich war auch schon auf dem Ding und bin zu weit gesprungen aus Versehen So aus Angst Angst hohoho hohoho ich bin der Weihnachtsmann in der Weihnachtsmann in der Weihnachtsmäckerei ist der Max uns das Kuh oh beim letzten, beim letzten hat's mich runtergehauen beim letzten bin ich einfach nur reingelaufen nein das ist bitter fast so bitter wie bei dir vorher mit dem Lava Ding wo ich wo ich jetzt wird sie die Lava geht ne wo du einfach nur beim beim Versuch einfach nur ein Schritt gemacht hast und nicht mal auf dem ersten den gekommen bist Blatsch dort zu Gott gelegt es gibt es halt ein solches auch doch nennen dies gibt es nicht bis auf Blob ich nicht als Ziel der Ziels gibt es der eigenen Leer Hebel noch also muss ich es zwangsweise schaffen create this note you can't open or close Hedge with hands use the button was ist Hedge egal oh Hedge achso ich weiß es oh fuuuuck oh manu ist so scheife warte ist Hedge hey was ist denn das für ein geiler Mechanismus dahinter das ist ja mal ein Hammer Mechanismus haha nein ich war nein ich war am letzten achso Hedge 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 sind ähm Dinger äh sind was Falltüren hä wo bist denn du hä wo bist denn du hallo ich schaff's nicht mehr ich schaff's nicht mehr doch du musst einfach so spät losspringen dass du denkst du fällst schon weiter vorne drüber wenn du keinen Bock mehr hast komm ich probier's nochmal ich probier's nochmal boing 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 die boing die Pyramid ist aber schon geil irgendwie muss schon sagen oder die Uhr und das Verlust Prozent noch ein Versuch noch ein Versuch noch ein Versuch noch ein Versuch der Scheißversuch da das ist das ist Kack ich hab's ja schon fast geschafft bloß beim letzten Sprung bin ich runtergefallen naja kennt man wow 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 was machst denn du hä musst dich doch vor hä musst mich vorwarnen was entschuldige was entschuldige komm nochmal hierher bitte wo hierhin wo wow fuck wow fuck das geht relativ einfach wenn du's einmal drin hast und einfach nur durchläufst hä 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 äh ich packt das Volk hat in der Folge vom Park auf zu klingeln he eiskalt versuch mal zwei runter zu klappen der Hand das ist übel lustig t t joe und als Uhr zu läuft einfach lang ja das geht auch schluss ich hab's manchmal nicht hier ne da können wir nicht durch oder so gut so gut so gut so meiner 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 Ha! Ah, die Schlacht beginnt! Hä? Ne, wir sollen irgendwie reinkommen. WTF? Ah, warte, hier ist irgendwo ne Druckplatte. Oder? Ne. Äh. Hä? WTF? 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 WTF?